in diesem video werde ich bisschen heute 20 der bühne wird aufgenommen let's go hallo herzlich willkommen bei firma qr esogenen sachen ich hasse heute geht es um das thema trotz der bühne ich kann jetzt nicht sagen wie lange die dauern wird aber wenn ihr diese bühne nicht mehr verpassen möchte dann müsst ihr das video bis zum ändern gucken wenn ihr das video bis zum ändern guckt dann dann dürft ihr ja ja auf jeden fall ja und es geht um sonst der bühne thema wieder also neue volumen wird heute kommen und so weiter und so weiter ich sag uns nichts freundlicher mikrofon weggetan ja weil ich es gemacht habe aber ich musste ich lasse den kopf weil ich könnte mich sonst nicht verstehen was sie sagen so ich habe das mikrofon genannt ich mikrofon mikrofon ist das wichtigste damit er versteht was die leute im fernseher was sprecheln sagen weißt du dir mikrofon fertig mikrofon ist so so und dann so und unten so und dann und dann kammerkabel ticke 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 und dann und dann und dann kannst du bessere ton aufnehmen mikrofon mikrofon villa voller voller ja mauer auf jeden fall ja ihr habt bei unten die kommentare geschrieben Ich wollte mal austesten, was passiert, wenn ich eine Audio-Eingabeaufnahme mache. Mikro und dann wirst du sehen. Bis gleich. Ja, auf jeden Fall ist es so. Ja, wartet. So, was passiert, wenn ich die zwei mache, dann, keine Ahnung, wirst du dir schon sehen. Auf jeden Fall, könnt ihr mich hoffentlich jetzt besser verstehen. Okay. Freunde. Ähm, ja. Ich würde sagen, wir werden wieder ein bisschen, ja, keine Ahnung. Ein bisschen wieder, ja, wieder Schnellerei machen, wie ihr euch es gewünscht habt. In meiner Folge werde ich Schnellerei machen, ein bisschen was Witziges erzählen und was Witziges machen, damit ihr was zu lachen habt. Ich würde sagen, los geht's. So, König, was hast du dir angestellt? Boah, ich kann es dir doch erklären. Na dann, schieß los. So, König. Schnellerei, das hören wir mal ganz kurz so. Ich saß mit meinem Kumpel Max in Einstädt Lerner, wirst du noch, ja? Na, okay, und dann, auf einmal kam der, kam der 35, 36, äh, Mann und schlägt mich einfach. Na, hat immer, ja, hat der Schuh auf mich gerufen. Ich konnte ausbrechen, ne, hab ich, hab ich, hab ich mit der Pfifferspott gekettet. Häh, 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 häh. Deswegen, wenn ich dich auf der Garantzei empfehle, mit mir anzunehmen, ja? Wenn ihr mit mir anlegen möchtet, kein Problem. Kein Problem. Ich warte schon. So, ihr beiden, was war ich jetzt mit euch? Ich kann es, wie könnt ihr, ich kann es erkennen, ich kann, ich kam von hinten, und dann, dann habe ich Stuhl dahin gerufen, dann habe ich mir bis Füfferspott gekettet, dann habe ich mir Tisch gerufen. Aha, das bedeutet, ihr beiden habt Scheregel, ich weiß, Scheregel geliefert, ne? Was macht ihr jetzt mit euch? In der anderen Seite sitzen jetzt, sie stoppen, wo man sich weniger treppt, aber ganz laut. Ja, okay, ich bin ja auch mit mir sitzen, aber schon. So, was macht ihr jetzt mit euch? Boah, ich schaue, 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 ich schaue. Jetzt muss ich nicht, was ich nicht mit euch machen? Ja, ich mache, nur kleiner. So, ich Moss. ihr ich bin was was ich bin ich bin das es gibt es gar nicht es gibt es gar nicht Ich vertraue dir Mist hier! Was heißt, wenn Mist hier soll? Du bist gleich Mist. Ich bin Mist, hä? Schön, das hast du gar nicht anders verdient. Du Penner. Hä? Warum? Ah! Ja, es geschieht dir recht. Ich hab dir immer gesagt, du hast keine schöne Licht. Du wirst mir nicht tun, hä? Du wirst mir gar nicht tun, hä? Deswegen? Deswegen? Du bist noch richtig ruhig zu, meinst du? Wohin du mich, hä? Ah! Okay, ich will dich nicht mehr so gerne. Ja! Aufschreiben! Brauch ich gehen? Nein, du darfst hier! Bost, ich will dich auch nicht mehr gerne. Okay. 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 Aber wenn ihr euch nicht mehr anlegen wollt, dann könnt ihr es ja machen. Ich sag aber nichts. Ich frag euch nur. Wollte jetzt nicht mehr anlegen? Wollte jetzt mehr anlegen! Wir haben euch nicht mehr anlegen, ok? Wenn euch nicht mehr anlegen, dann seht ihr die Welt, 15 Jahre, 36 Jahre, 37 Jahre oder 37 Jahre. Wird ihr schon sehen? Aussehen und da eingehen, sofort. So. Ja. So. So. Der Vater weiß so Bescheid, ja? Weiß, das ist nicht dein Erzboss. Ja doch. Wenn du hier schnell reingefährst und der Vater und ich petze deinen Vater aus, dann, und der Vater petze, dann würde ich sagen, dann kriegst du richtig gerne mit uns. Und kriegst du von mir richtig schnell mit dem Kabel und Gürtel. Ja, ja, Johan, ich will mit dir immer noch angehen. Wenn du dich mit mir angehen willst, musst du trainieren, aber hast du überhaupt trainiert, wie man anderen richtig versteht? Nein. Siehst du? Und der neben dir, der Mann neben dir hat trainiert, deswegen darf er, nur er sich mit mir angehen. Und du nicht. Nur wenn du trainiert hast, dann darfst du dich mit mir angehen. Ja, und jetzt ist es auch nicht einfach so. Nein. Und guck mal hier was. Ich habe immer trainiert, 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 weißt du? Ach, ich habe, ich kann dich mal nicht beschaden. Ja, deswegen gehst du jetzt, willst du jetzt trainieren oder nicht? Si nicht, dann trainiert du die-, wenn ja, dann tut mir der Fuß auf diesem Training-Center. Da kommst du auf das Schrägreitraining-Center. Nein ich will nicht. Ich will nicht beschaden werden. Aber du von mir aspects zu scheren. Ja ein spezieller explicar. Ich bin erstmal da stehen. Aber ich weiß nicht, was ich bin. Oder du bist spät, spät, ja? Deswegen, ja. Direkt umgebracht, hm? Nicht einfach in den Kamel gestorben, hm? Wenn du möchtest, ich steche ihn doch ab. Hm, hm. Wie glaubst du das, hm? Alles klar, alles klar. Wenn dich jemanden stechen soll, dann soll er entweder hier oder hier oder da ein. Da werde ich dich nicht empfehlen. Nur da oder da. Was sind mit den Engel? Hm. Okay. Komm doch, Robby. Komm doch, Robby. Zu, komm. Ich warte. Das ist so geklappt. Ich muss so. Ich hab's dir doch gesagt, oder nicht? Das hast du gesagt, Boss. Also, was, wenn du nicht gemeint bist, oder schweißt du? Ich weiss nicht. Ich weiss nicht. Ja, du bist nicht. Und du想st die Klappe, du jast nicht. Ich weiss nicht. Aber ich weiss nicht. 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 Wir sind nicht nur ein qui. Wir sind nicht nur ein eigenes Wissen. Wir sind nicht nur ein ganzes Aus微있ungen. Ich weiss nicht. So, the top is an easy one. So, the bottom is the bottom is the bottom. So, 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 the bottom is the bottom. Das war's für heute. Nelos! ... ... ... ... ... ... ... Freunde, jetzt wisst ihr, wie man, was passiert, wenn, äh, 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 wenn, ä